Ich brauche dringend Hilfe. Ich möchte eine Weiterbildung im Naturschutz machen und brauche dafür Geld, weil ich mir die Weiterbildung nicht leisten kann. Ich habe in der Videobeschreibung meine anderen Kanäle verlinkt und wäre froh, wenn ihr mich abonnieren könnt. Außerdem habe ich noch ein paar Online-Shops verlinkt, bei denen ihr, falls ihr etwas braucht, dort kaufen könnt. Bei den Links zu den Shops handelt es sich um Affiliate-Links, das heisst, wenn ihr dort etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Ich habe noch einen Link verlegt, bei dem ihr auch so spielen könnt. Bitte teilt das Video, damit ich meine Weiterbildung bezahlen kann und nicht obdachlos werde. Vielen Dank.